so hallo und herzlich willkommen die jetzt noch nicht bei dem live stream dabei waren und morgen dabei sein werden wollen wir werden morgen diese schönen souvenir päckchen aufmachen darunter das eine cobblestone souvenir päckchen das habe ich von meinem kumpel von jochen zur verfügung gestellt bekommen zum öffnen im live stream morgen abend die anderen werden wir auch öffnen werden mit sicherheit auch noch so ein paar cases öffnen einfach was wir noch so auf lage haben ich wollte eigentlich gerne noch mal eine cobblestone kiste kaufen bzw 12 wenn der preis gut wäre aber ich habe vor mein konto mit paypal aufgeladen und da meint steam erst mal wieder in den marktsperre reinzudrücken scheiße aber ist jetzt also gelaufen schade eigentlich aber gut ist jetzt nicht zu ändern wir werden auf jeden fall noch ein giveaway machen und zwar wie folgt ich habe hier sechs mirage katowicz souvenir pakete und da müsst ihr jetzt in die youtube kommentare eine zahl zwischen 1 und 6 reinschreiben und das werden wir morgen live stream werden wir quasi die ganzen kommentare unter dem youtube video auslosen und den den wir dann ausgewählt haben dem seine zahl von 1 bis 6 werden wir durchzählen und das was in der kiste ist bekommt derjenige dann also im prinzip ganz einfach ihr tut unter das video jetzt im kommentar schreiben eine zahl von 1 bis 6 und dann wählen losen das morgen im stream aus und wenn jetzt zum beispiel vier heißt 1 2 3 4 wird geöffnet und das was daraus kommt bekommt derjenige bedingungen ist ganz einfach seit dem live stream dabei wenn ihr bock habt und es cool findet abonniert natürlich die kammer den kanal adresse findet ihr auf jeden fall in der video beschreibung ist twitch.tv schrägstrich angemau lp mal sehen was wir morgen so rankriegen beginn wird es circa ab 20 uhr wenn alles passt werden auch ein bisschen rein daddeln mal gucken wie viel so am start sind und dann sage ich bis morgen ich hoffe ihr seid dabei und danke fürs einschalten ciao